hallo es war einmal die dunkle nacht in minecraft arktik und somit willkommen zurück zum minecraft arktik und dabei ist der einfach nur toni und der einfach nur chaos ich bin ja okay auf jeden fall heute sind wir dabei auf minecraft arktik es wird gerade tag und ich würde sagen das ist eine perfekte sache um gleich mal sonst zu machen und gleich mal zu diesem einem tempel dahin zu gehen die wir gefunden haben und da ist ein strahl fabian bieten strahl ist das glaube ich wollen wir mal dahin also solange da hoffentlich nicht leben ist weil wir erst doch auch irgendwie so ein strahl hat er ja ja ein anderes monster müssen gruselig und da drüben also ein spät ich habe nach unten ist bezacke okay gut das heißt nichts ich gehe dann mal ich gehe damit ob die fall mal so ein bisschen hin was ist das also ich sehe da kein namen das heißt das ist nicht von lewin ja ich hoffe auch dass es nicht von lewin ist also zumindest ist ja hier nicht aber was ist das hier keine ahnung ist das auch da sind so sogar gehen so sachen raus so sehen ja aber was ist das hier und was ist da drin ist dass das ist ein grab grab glaube ich oder das kann gut sein das sind interessant ja erstmal die häuser interessante türen hier sind sachen drin rote materie eiswürfel verrottetes fleisch und skelett ok nimm du einfach den rest mit ich nehme ja ich habe leider keinen menschen platz du auch nicht oder doch ganz viel eine eiskugel und ein eiswürfel ist in der anderen truhe eiskugel darfst du mal sehen ja kannst du die eiswürfel eiskugel beides ach ich dachte das wäre eine eiskugel eine eiskugel keine schneekugel kannst du gerne darauf reinnehmen was ist das hier hier ist wie ein komisches wasser fangteile oder was das ist ist noch nie im leben habt ja eine nuke was mein atombombe nuke guck in meiner hand nuke ja moin aber mit 3 und 3 stoff unbedingt mitnehmen ok geil geil mit meteoriten kompass eine cpu also ich setze mich mit ihr auseinander ja ok kommt hier das haus eine rote beete eiskugel rostau und eiswürfel wieder jetzt ist aus hier ist nicht meine truhe drinnen ein haus ohne feuer wo muss da mal reingraben ja können wir mal probieren wenn man sich ob das so gesund ist weißt du ist da was drin hier geht es tief runter ja vielleicht ist doch kein grab ich weiß es nicht hier denkst du ich weiß es besser was einfach so machen kann ich dir kurz ein paar items geben die du nimmst hier das hier und das hier und die ich nehmst ja auch wir wollen wir vielleicht mal zum tempel hin wo waren der tempel da vorne übrigens das ist lehmige erde okay ich kann jetzt mal tempel bin jetzt hier beim tempel das sind tempel das ist ein brunnen als ladisans das wasser das ist auch das geht hier runter ja hier ist kristall jetzt kristall neu kristall ich den abbau ich weiß nicht was passiert in den appos es ist eine kiste er ist ein bisschen wüten ich glaube ich habe er hat er hat er hat eine kiste konstellation papier ist hier drin und eisen und knochen ey ich habe amara und hier ist noch eine kiste hier ist noch eine kiste warte waren eisen du hast doch kein Metapath mehr ja war auch so viele Sachen nehmen das mal hier aber irgendwo rottete Scheiße und so wieder jetzt habe ich auch keinen Metapath mehr als irgendwas was du mir zeigen kannst brechen ja auch also das heißt was ich habe es mit dem jub die blieb kann ich dir zeigen und rotmaterie hast du schon gesehen den Rest ist immer gegeben Prozent und mehr Prozent kann das ich nicht abbau Prozent 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 was machen wir jetzt ich würde sagen wir hoch und mal gucken ob wir weiß was das ist in stadt kristall ich habe wirklich da von damals habe ich keine ahnung vielleicht kennt sich irgendwie hier kann man bezug ich hatte mich hier eben tatsächlich einfach so unter graben weil das ist ja öfters mal so dass das da irgendwas ist aber ja dass das da jetzt ist wo hätte ich auch nicht gedacht wusste auch nicht dass da was oder ich habe das gar nicht jetzt abgebaut hier da vorne ist noch noch mal irgendwie so einfach gerade haben wir auch als gerade tag da ist diesmal nicht er wollte ich habe keinen mentalplatz oder wir lassen es einfach so was machen wir jetzt stahl ja ich weiß ich würde vielleicht vorschlagen dass wir ja wo sollten wir hingehen die frage gibt es irgend so ein ort hier wo wir hin könnten die sache eigentlich wollten wir das haus bauen da haben wir aber trotzdem nicht gemacht ja ich meine erkenntnis dass ich mein pc zurückgesetzt habe haben wir das einfach komplett nicht gemacht und wir das special vorbereiten mussten aber hat ja hier mit doch gar nichts zu tun ja so ja aber bleibt man so stehen ok ja auf jeden fall dann ist es gut dass ich in den rucksack reinkommen kann man nicht jetzt war darf ich kurz die rote materia ganz kurz haben ja ja gar nichts sehr gut aber du kannst du aus tools machen die sind das schwert davon macht 17 attack damage das ist geil gut dann nimmt das am besten gut ich würde sagen wir machen hier erst mal einen kleinen cut und beenden diese folge erst fürs erste und bauen dann in der nächsten folge das haus fertig also bauen ist jetzt zwischen den folgen fertig und dann werden wir in der nächsten folge sehen wenn ich hier in der nächsten folge sehen was wir erreicht haben ja hast du sonst irgendwas zu sagen ich bin am essen bist du dir da ganz sicher ja wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge wo ich schon wieder esse die jetzt die nächsten paar tage eigentlich schon auch daraus kommen müsste wir versuchen jetzt ein bisschen nachzuholen weil das ja ganz 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 selten kam aber immer das fern glas und guck mal in den himmel er hat seine farbe ne ja aber sonst mir nicht das ist dass man die sonne ist mit ihren zu sehen die sonne ist nicht zu sehen okay lassen du kann mal probieren sieht man die sonne nicht genau und ob das mal ging im mentalplatz genau okay wir sehen uns dann in der nächsten folge von meintraubt dacke dick acketeh 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 acketeh